Hallo zusammen und herzlich willkommen zum weiteren Let's Play von Star Wars TIE Fighter Total Conversion. Ich bin Exekutor X in der letzten Mission haben wir erfolgreich beim Außenposten D-34 Frachtverkehr kontrolliert und wurden auch den Secret Order des Piraters aufgenommen. Der salutiert ist auch nicht schlecht, aber ja, jetzt gucken wir mal wie es weitergeht. Untertitelung des ZDF. 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 ZDF. Untertitelung des 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 ZDF. Das war's für heute. So. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier auch ein paar von den X-Wings erwischen. Jetzt gucken wir mal. 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 So. So. Aktuell scheint. Jetzt gucken wir mal. So. 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 . So. So. . So. . So. . So. . So. . so. 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 Yeah. ausw Mexico. so. dann machen wir das. na. опa j relaxrollen. bereit machen zu landung. Und setzen zur Landung an. Das war jetzt schon ein bisschen schwieriger. Das war jetzt schon ein paar Worte. Sehr gut, guckt uns das Abschlussverhältnis an, 3 X-Wings, 3 War Wings, 4 Hate Hunter, das passt. Jo, dann machen wir jetzt den Cut und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, euer Exekutrik.